Beide besitzt hat gewonnen Das ist immer richtig spannend Das hatten wir aber schon ein paar mal und wir haben es jedes mal verloren Nein, so weit waren wir gelitten und nicht mehr Das haben wir schon ein paar mal geschafft Und wir haben es jedes mal verkackt BAM 2 Ja man, was geht ey? Ich wade voll ab Okay, wir haben jetzt hier für ein Rohr Jo Da unten kommt wieder der nächste Jeep Oh fuck, ich habe nur einen Sniper Ich weiß nicht wo er ist, ich sehe ihn nicht Er hat uns vorbeigefahren Ja, ja, ne, ich weiß nicht wo er ausgestiegen ist Könnt ihr wieder da mal explodieren, danke Ey, was ist das für ein bisschen hier, Alter Alter, Foto, schau mal wo ich sitz, das ist saugeil Ja, pass auf Hinter euch, hinter euch, von hinten kommt einer Wie von hinten? Von hinten! Ach da, unter mir Hast du ihn? Nein, ich habe ihn jetzt Hast du ihn? Gott Oh Da kommt noch mehr Ja, amig 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 Deckst du die Treppe? Ich decke die Treppe Ich habe eine Sniper nur, aber okay Ich auch Eine Snipernrohr Ja, das nicht Ja gut, dann geh aufs Dach, Markus Du kannst oben beim Dachboden durchs Fenster raushüpfen Dann stehst du am Dach oben Jetzt würde ich mich heilen Oh, es gibt einen aus dem Fenster am Dach Da kann sie noch zwei Pass auf, Markus Da kommt einer die Treppe hoch Okay, ich gehe aufs Dach hoch Ich gehe aufs Dach hoch Ich gehe aufs Dach hoch Hier bin ich raus, Markus Genau hier Einer wird gerade Handgranaten nach mir, also Ja Oh, das sind welche Ja, schieß LOL Hedger hat eine überlebte Hurensohn Die sind weg Ja, die sehen nicht mehr, warte Geweck Ja, da, da, da Hedger hat eine neue Hedger hat Hedger hat Weil du nicht weggegangen bist Nein, ich habe gesagt, du hast mich von dir drückt Ich kann mich ja nicht mal oben drehen Du standest ja hinter mir Ja, aber bist du denn überhaupt von mir gehen darauf Ja, weil ich ihn gesehen habe und du gesagt hast, man kann ihn nicht sehen Na, ich habe mich auch Na, wie ich sehe Ich habe ihn auch getötet Das war eine andere Frage Da ist die Treppe sicher Du hast gesagt, ich sehe dich, wer da gehe ich als Fenster töte ihn Da wurde ich vor hinten getötet Und ich sehe schon wieder seit Ewigkeiten in dieser scheiß Warschlage Ich hier Hau Ich nicht, ich FOX Space Ja, weil du als erstes gestorben bist Ähhm Ist er jetzt fertig, wenn meine Freunde ruft gleich an EGAL Das sind dochapeuten Wir sind dort mehr Zeit darauf Wir haben doch mindestens vier Minuten, so wie das aussieht Und wenn, dann beenden wir die Folge einfach, ja Das bringt ja eh nix mehr das einzige was wir raschen gleich durch zu ja ist klar einsteigen ja vollgas markus die karte ja hinter c4 ja aber wenn c4 ist ist wieder gut party sind die physik effekte von dem spiel premium wieder da ja auch mein auto hat nur 50 prozent meines hat null seit ewigkeiten und ich kann es trotzdem die ganze zeit zu vordern fuck you isa du jetzt ist es eier und willst es melden jetzt ist einer mit dem fahrrad und da oben ist ein panzer 2 wird allerdings hier ja und zwar ist ja du idiot um brennst du vor mir ich habe die zweite verwarnung schon wieder eingetätet bis wir dich über 1 erst und dann o2 ihr könnt wie immer capture alter war gerade ein fahrzeug hier rein jetzt ich gehe aus gut hast du nicht gesagt man kann die dinger immer capture man kann auch nicht capture ich bin drin das sc4 die machen doch hat sie vier ja gut wir stehen hier stehen drin sobald ihr es habt haben wir es wir haben jetzt fehlt macht ja jetzt blinkt es doch erst doch an dieser schild capture da und ich glaube wir müssen o1 erst catcher ja jetzt sag ich doch alter aber das sind auch das glaubst du jetzt nicht scheiß backen er wollte mir nicht zuhören ja der futter der futter war es nicht so dass wir das letzte mal weil wo wir doch war 1 gekämpft aber einfach durchgefahren sind und gecaptured haben ja aber das ist vielleicht ein bisschen gefixt worden in der letzten zeit d das spiel wird so nicht gefixt sollte das war es scheiß ich wurde an der beteiligen im kill ja aber so verkauft dieser sackgasse ihr solltet Sackgasse ist auch das alter doch jetzt hier geht es weiter was wie fehlt da aus hacker joo wirks nicht nicht rechts laufen ok wir sind bei o1 dritter der Kerl da was am ihnen liegen über die Brücke werde ich jetzt nicht fahren oh Gott selbst wenn du drüber fährst bist du tot weil da drüben so viele Affen stehen 21 7 halte wie viel leben hat der ein wie viel schiesst hat der einfach ausgehalten ey ok wir haben gleich o1 ne joo ich komme auch jetzt ja ich fahr ich laufe behindert ist also die Brücke der ist dauernd erwegs oh thompson ja hey oh man o1 oh da ja die thompson alter ich muss noch mindestens zwei kills machen ich kann nicht sagen dass Sven besser ist wow fuck nein jetzt sind alle von uns da drüben gestorben ja alle aber wir haben wir haben wo einer ist noch da wir haben wo eins gut da fahren wir gleich zu o2 weiter gut ich hab das auto da aber pass auf der link wieder oh da ist ein Gegner genau nicht mehr er wollte ruhig mal schnell ja da hat mich wieder überschossen wow wir haben echt bekannte wir können jetzt auch bei den anderen spawnen ja bei o1 ja unterdrüben bei d oder d natürlich weil die verbindung haben alles mit verbindungen ja wir haben trotzdem verloren wir hätten so lange gebraucht nein solange wir o1 besitzen können wir nicht verlieren ähm wir fehlen gerade o1 ja aber die verlieren auch o2 ja solange wir auch o2 haben können wir auch nicht verlieren also zu o1 captored o1 ja ich weiß sogar alle ziele sicher 1 und 2 jetzt ist der final countdown wer jetzt beide besitzt hat gewonnen oh das ist immer richtig spannend das hatten wir aber schon ein paar mal und wir haben es jedes mal verloren das haben wir schon ein paar mal geschafft und wir haben es jedes mal verkackt bam ja man was geht ey ich will voll ab wir haben die alle gekillt alter da ist alter wo hier war ne kris hier war ne kris hier ist ne karabiner ja hier wo o2 wir haben gewonnen nein wir haben o2 noch nicht ganz oder doch nein wir haben es erst halb wir haben es erst halb das ist perfekt gerade anzukapturen schnell 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 wohin wo 2 wo 2 man keine zeit verlieren nicht fragen einfach hingehen das ist ja alleine ohne eine das ist gleich einfach da stadt lau 25% 25% 25% die sind alle so das muss das ist ein bild für die gönner wie viele da hin zu waschen ja so ja das das haben wir das haben wir jawohl Fünf Sterne, Alter! Fünf, thank you! Scheiße! Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal jetzt an, wenn du eine Folge von Heroes & Chino willst. Bis denn und tschau! Fuck man, geil! Fünf, fünf, fünf!